Heute, ich hoffe euch geht's allen gut. Wir sind jetzt hier bei den Swiss Music Awards in der Bossert Arena in Zug und ich freue mich mega, weil wir haben jetzt dann gleich da drauf unsere erste Bühnenprobe. Es war heute Abend, ohne uns zu Hause zu sein. Ich bin mir selbst zu Hause und ich bin mir selbst zu Hause. Ich bin mir selbst zu Hause und ich bin mir selbst zu Hause. Ich habe es schon mal gemacht. Oh, okay. Ladies and gentlemen, Kiana Costana. Ah! Ich habe es da. Ich habe es da. Das ist so cool. Und fühlst dich wohl hier auf der Bühne? Ja Leute, ihr sitzt alle hier und ich bin hier. Wir müssen jetzt eine Kamera durchlaufen. Jetzt gehen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht hier. Ich habe immer keine Ahnung, wie es aussieht. Aber ich glaube ganz cool. Ich habe die Klappe noch und ich fühle mich wie ein Ruhm ohne Ruhm. Sieht wirklich gut aus. Ich habe nur noch Bock an meine Müde. Ein bisschen. Ja. Ist doch fertig für heute. Müde. Die Leute, es ist schon halb zwölf. Was geht eigentlich hier ab? Ein bisschen Verspätung wieder mal. Kinder kennen es. Leute, man kennt es nicht anders. Man kennt es halt wirklich nicht mehr anders. Ja und ich will jetzt einfach nur straight... Die? Das ist die fliegende Carmen. Das ist die fliegende Carmen. Wie steppst du alleine aus dem Flugzeug? Ja, der ist ja auch nicht. Ja. So. Ui. Tschüss. Hallo und willkommen zu den Swiss Music Awards, Leute. Endlich geht es los. Ich freue mich total. Ich bin auch mega aufgeregt. Ich habe schon mein Make-up gemacht. Jetzt müssen wir uns nachher nur noch ganz kurz umziehen. Und dann geht es auch schon auf der Bühne. Freue mich. Ja. Du bist in der Press. 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 Ja, der Press. Hallo, everyone. Hallo, alle. Hallo, alle. Hallo, alle. Hallo, alle. Ich liebe diese Jacken. Ja. Du solltest du diesen Style noch mehr, Argyle. Ja. Das ist ein cooles Style. Ich bin einfach der Mignac. Ja. Das ist ein cooles Style. Hallo. Komm her, komm her. Hallo. Mega. Ich bin einfach der Mignac. Ja. Ja. Gut. 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 Okay. Das ist ne Palette. Das ist ne Lirp plus. Dann haben wir die beste Mascara, die es auf dem Markt gibt, no joke, die habe ich jetzt auch drauf, dann haben wir Eyeliner, bunten Spiegel und noch mehr Lipgloss, also einfach alles, was das Frauenherz begehrt, May-Man, New York. Also Leute, jetzt ernst, Batschik ist auf dem Red Carpet, das ist mein Outfit, bisschen durchsichtig, also ohne das, ne? Und du bist in es. Du bist in es, wie jetzt. Das ist nicht für die anderen Sachen. Du willst jetzt sehen? Ja, es ist ein bisschen. Ich bin auf dem Motorrad, also ich werde hier stoppen. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Thema, es ist ein sehr guter Thema, es ist ein sehr guter Thema. Und ich glaube, wir können uns alle gleich mal vorstellen mit denen. Wir sind definitiv die andere. Wir sind von Game & Game. Wir waren schon immer wieder. 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 Ich weiß auch immer wieder. Tak, nee, ich auch manchmal wieder. Tschöne... ł Vielen Dank.